Das sind schöne S dabei, aber auch ein 924 Gp, ein Speedster und auch noch langfohlen, der S-Fahrzeuge, der Neubau, der S-Fahrzeuge, dazwischen aber der TR6, der AC-Cobra, der 804 Porsche Rennwagen, der Monopostor, genau wie wir da, zwei Töten, der 625 Städte, Kovett oder Torwebus T2 von IBC-Finance, dann Hans-Hermann, die am rot-weißen Torwebus, meine Damen und Herren, der Applaus hat, und der rot-weißen Torwebus, wir lassen ihn da mal einstellen, dann können Sie mal, und dann haben wir auch noch mal einen schönen Jaguar E-Type 2 plus 2 als Zwölfzylinder und dann hier von der E-NBW einen weiteren Porsche 911 und dann hier ein Riley Special und eine wundervolle, und dann hier ein schöner Fahrer E-Type, hier ist der Uralt-Motorrad-Klasse. Nur mal gucken, dass er jetzt langsam in die Gänge kommt, denn so häufig kann er nicht schalten und kuppeln mit diesem Autorrad, dann muss er eher versuchen, halbwegs durchzurollen. Also bei Ihnen im Glemsack, jetzt direkt unter der Wolke Hans-Hermann, hinter dem rot-weißen Torwebus, und wir sagen allen erstmal Dankeschön und herzlich Willkommen hier zum Solidarity Revival 2013 hier oben im Madental und am MZ.